So, damit hallöchen, schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Planet Crafter. Heute wieder allein, weil die Chefin muss länger arbeiten heute. Nichtsdestotrotz geht es weiter. So, was haben wir vor? Ja, das bewegt sich nicht ganz, ganz schwierig. Richtig schwierig. Was ist das? Schreox. Ach, das ist diese hässliche, ne? Aber der bringt viel, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Wir müssen mal ein bisschen was tun. Immer noch, immer noch, immer noch. So, wie kriegen wir das denn am besten hin? Was kommt da runter? Wenn wir das brauchen. Ich fühle mich, äh, bedrängt. Ist das super, Läger? Aber es ist halt ein normaler Sturm. Auf jeden Fall ist es im Baum. Ja, klasse. Das ist aber starke Bäume. Tja. Was bist du denn? Äh. Ja, und? Was war, glaube ich, was ich von? Du bist. Richtig gemeine. Ja, wir gucken mal. Wir bringen jetzt mal kurz die Viecher. Äh, der ist voll, ne? Mhm. Könnt ihr das bitte auch mal aufhören? Hello? Wir werden da mal gucken. Da ist ja jede Menge eingeschlagen. Aber richtig jede Menge. Nicht hier. Ja. Ey, gib her. Gib her. Gibst du mir das her? Äh, hallo. Auf zu fackeln. Ist unfassbar. Ja, huhu. Ist so viel eingeschlagen. Wo ist das Zeug? Du bist. Silizium. Hä? Oder nicht schon noch vom letzten Mal. Alter, ist das. Was ruckert das denn heute so? Und. Was? Was liegt hier? Äh. Na, mit. Ist das irgendwas? Hallo? Das wäre cool, wenn man das so als, ähm. Äh. Hier so, 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 so. So als radarmäßig was machen könnte. Äh? Da liegt was. Jungen, holst dir. Das wäre cool. So. Und ich stehe hinten noch was drum. Hier ist auch eine Menge eingeschlagen. Sieht danach aus. Äh. Meins. 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 Gibst du her. Weiß gar nicht. Haben die das mit dem, die spawnen jetzt, ähm. Vielleicht ein bisschen. Nein. Die haben sich gefixt. Nein. Meinen. Meins ist. Meins ist. Meins. 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 Gebe her. Was ist das? Silizium. Brauchen wir nicht. Hammer genug. Apropos. Ich erinnere mich. Wir haben ja doch hier auch so ein Ding reingestellt, oder nicht? War dann jetzt sogar schon so groß. Großer Bohrer. Da. Ne, ist ein kleiner Bohrer. Aber, äh, ist ordentlich. Kann man mitnehmen. Äh, also nehmen wir auch mit. Haben wir nämlich nichts mehr von. Äh, wo geht's hier raus? Da. Stimmt. Genau, wir haben irgendwann auch mal den großen Bohrer freigeschaltet. Das heißt, den könnten wir eigentlich auch mal bauen. Dass wir, äh, gezielt auf, ähm, Erze gehen könnten. Das ist super geligierend. Und zack. Wieder halb voll die Kiste. Ein bisschen mehr sogar. Sehr, sehr sexy. Silizium war hier. Und dann stelle ich dich aber erstmal wieder aus. Zack. Neh, auch noch mit. Shit. Bist du mir wieder dran gewöhnen, ja? Neh. Oh, voll. So mag ich das. So mag ich das. Okay, also. Wir müssen trotz ein Biomasse herstellen. Was macht denn ein Lesbio? Muss das jetzt gar nicht werden. So, das ist die Inkubator für... Schwetterlinge und sowas. Richtig. Und Verteiler. Der macht eine Menge. Hm, Dinger, 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 Dinger. Grasverteiler, Grasverteiler. Blumenverteiler. Wäre ich auch nicht schlecht, ne? Also so ein bisschen von jedem. Hm, Algen-Generator. Sehr viel Sauerstoff. Wenig Pflanzen. Baumverteiler, ist schon nicht schlecht. Ich glaube, wir machen den nochmal. Gut, ich gehe schon mal Algen sammeln. Das dauert noch ein bisschen, bis wir die Drohnenstation haben. So weit 53, glaube ich, war das. Also GTI. Also nicht für VW. Wie bist du, ich meine? Hihi. Gib her. Okay, Infusionsbrenzler. Oh, das ist gut. Dann können wir... Püffer looten. Ich habe ein volles Inventer. Einfach Tafel. Nö. Ja. Unfassbar. Okay, lass mich drauf. Wir können ein bisschen Dinger herstellen. Machen wir noch ein Bräumvorteil. Und... Ja. Schauen wir, was wir noch hinkriegen. Wird man gleich auch mal gucken, genau, was kostet noch mal so eine Brennstoffzelle. Äh... Bin ich überhaupt richtig? Ja. Uh, dieser ist schon ewig her. Ja, 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 ja. Bestimmt schon drei, vier Wochen oder so. Äh... Warte mal, irgendwann unten. Ach, jetzt weiß ich wieder, was wir wollen. Wir brauchen nämlich nicht nur Aubergine. Die pflanzen wir schon an. Können wir auch nehmen, können wir nehmen, können wir nehmen, können wir nehmen. Schön. Einmal die Oberste rein, dann die Pülse auch da rein. Wo war noch Kürbis, 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 Kürbis vor unten, ne? Kürbis nicht unten. Nein. Gut, das heißt, wir bauen nochmal so ein Ding. Wir haben das denn, was? Container. Das ist sehr schön. Öffne Bauern. Was? Genau. Zwei Bienenlarven. Hört auch Kürbis ein. Äh... Bienenbar. Ungewöhnliche Muttergen und Dünger 1. Äh... Ungewöhnliche. Anheften. Dankeschön. Was hab ich denn da? Achso, genau. Muttergen. Muttergen, Muttergen. Äh, hier. Dünger 1 war das. Noch Schwefel? Sonst müssen wir schon nochmal Schwefel holen. Dünger 1. Nicht durch, wir haben kein Schwefel mehr. So, haben wir. Ach, Uparginen. Achso, ach, ich sind unten. Richtig. Wow. Ich hätte mich nicht direkt mitnehmen können. Hopp, 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 hopp. Und hopp. Und wieder Tür rauf. Und wieder der Robber. Zack. Machen wir mal ein paar davon. 2 reichen erst mal. Was war da noch? Muttergen. Was macht man dich denn? Das müssten wir haben. Oder nicht? Nein. Wir machen das erst mal. Ein. Klingt gut. Noch ein. Das wäre herrlich. Perfekt. Machen wir direkt 2. Sehr gut. Ja, noch ein. Perfekt. Muttergen. Und ja, dann haben wir eigentlich alles für eine Biene. Müssen wir auch da machen, ne? Schaut, dass man die da nicht bauen kann. So, also. Zack. Zack, zack. Auch schon bitte. Danke. Dann brauchen wir nochmal. Ist ja der Bauernhof. Wieso bist du denn jetzt? Gott, hier ist der Cash wieder. Nein, kein Wasser mehr. Dann brauchen wir doch den Wassersammler. Ja, einen nehmen wir mal. Brauchen wir eh oben. Uh, Bauernhöfe. Schade, dass man die nicht hier oben reinstellen kann. Geh mit dir water, 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 water. 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 Oh, siehst du? Kein Wasser mehr. Bleah. Äh, cool. Sollen wir mal machen? Auch noch Düngerstufe 2. Das heißt... Kürbis. Tat, tat, tat. Kürbis. Haben wir Kürbis? Auf jeden Fall nicht hier oben. Bauen wir auch nicht an. Haben wir... Kürbis haben wir. Dann tauschen wir mal eben die Bohnen, würde ich sagen. Lass mal hier rein. Den raus und den rein. Mach mal ein paar Kürbisse. Weg mit dir. Japp. Gut, müssen wir hier nochmal ein bisschen auf den Kürbis warten. Bist du schon fertig? Dankeschön. Zack, zack, zack. Ja. Läuft. Was haben wir denn hier drin? Nischt. Was haben wir denn hier drin? Nischt. Was haben wir denn hier drin? Schwarz-Glo. Was haben wir denn hier drin? Nischt. Dünger. 1, 2, 3. Nehmen wir nochmal ein, 2. Sollten wir die Kiste oben hinstellen? Ich denke schon, oder? Stegstoff. Stellen wir auch oben hin. Haben wir ja hier oben schon. Samen. Oh, gibt es jede Menge Kürbis. Unfassbar. Was haben wir denn noch hier unten? Tusk, Mullen, Shanga, Lima, Therion. Hier ist jede Menge Zeug, ey. Unfassbar. Das könnten wir alles. Ich glaube, da sind gesammelte Werke drin. Alter, Platten, Magnesium. Die voll. Zahn. Unfassbar. Äh. Ist das schon fertig? Ja. Bitteschön. Also. Bahnhof. Warte mal, den Baum verteilen. Da machen wir erstmal weg. Der stört nicht. Und die Bienenlarve können wir auch nochmal eben aus dem Dinges nehmen. Also wir brauchen noch eine Water. Ist oben. Auch oben. Sagen wir mal so. Uh. The Water. Give me the Water. Methan. Ist hier. Dann ist das Stickstoff. Ist da. Für. Waren wir Algen, Kürbis, Metallkartuschen. Also wir wollen eigentlich nur noch zweimal Kürbis. Ne, einmal Kürbis. Algen. Haben wir noch ein paar? Geben wir aber noch ein paar Schränkchen. Das könnten wir eigentlich auch woanders hin bauen. Aber wo? Hier rein will ich es eigentlich nicht setzen. Da doch. Kann man nicht. Lass mal kurz überlegen. Wenn wir uns noch so ein Bauernhofabteil. Oh mein, wir brauchen eigentlich hauptsächlich. Kürbis und äh, hier das hier, ne? Oh mein, wir brauchen eigentlich hauptsächlich. Wir stellen uns das, glaube ich, nach draußen. Jetzt kostet eine Tür. Warte nochmal. Oh, Eisen, Titan, Silizium. Eisen, Titan, Silizium. Warum muss da oben auch eine Tür hin? Können wir die hier draußen setzen, dass wir... Hier. Kriege ich hier eine Tür hin? So schön mittig rein platziert? Wahrscheinlich nicht, ne? Egal. So. Kürbis, Kürbis. Und Kürbis liegt es noch, ne? Ich merke mir das ja nicht, ne? Superlegierung haben wir da unten. Geht das? Das wäre cool. Bist du? Ungewöhn, Silizium. Kannst du behalten. 46% Pflanzen... Ne, Wachstum, oder ist das Produktion? Ne, oder? Ihr seid da drin. Was mache ich euch denn? Ihr macht Pflanzenmultiplikator, ne? Haben wir schon noch eine Pflanzenmultiplikator? Die haben wir doch noch eine im Inventar. Da geht doch noch was rein. Tja, jo. Das heißt, ihr müsstet jetzt auch viel schneller gehen, oder nicht? Das konnte man doch irgendwo sehen. Wo sieht man das? Da. Tausend Prozent. Ja, sehr cool. Jetzt fast ein Kilo. Wachstum 55%. Wow. Toll. Und ihr seid fertig, ne? Passt. Und ihr? Gemeinde Lafe. Ist voll die Kiste, ne? Ja, immer noch. Router gehen, Stufe 2. 60%. Verdammt. So, was können wir denn noch dann machen in der Zwischenzeit, während das weiterlädt? Da können wir mal schauen, eben nochmal für den Baumverteiler. Da brauchen wir auch Dünger Stufe 2 für. Das heißt, auch wieder Körbis. Zivilit haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir eigentlich alles. Was ist das denn hier? Zwei, drei Seitenrauben. Können wir sogar vier machen. Hier geht eine Seitenraube. Kann ich die schon Autocrafter herstellen? Das wäre ja sexy. Oh, ist voll. Ja. Nein, kenne ich nicht. Seitenraube, Seitenraube, Seitenraube. War ungewöhnliche Bakterienbau, Dünger. Gott. Jetzt brauchen wir Dünger. Uff, 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 uff. Und weg damit. Braucht man für alles Dünger. Ist ja unfassbar. Bist fertig? 72%. Was bist du? Lass liegen bleiben. Dünger, 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 Dünger. Dann stellen wir halt einfach mal eine Ladung Dünger her, würde ich sagen. Ich habe noch drei, ne? Das habe ich noch zwei. Ich brauche drei Larven, ne? Machen wir nochmal einen Dünger? Jetzt kann ich mal Schwefel holen. Danke, reicht. Dann war das... Ich habe es vergessen. Ich und mein Hirn, ich kann mir nichts merken. Das ist... Ja. Derenprobe und ungewöhnliche Lauf. 1, 2, 3. Bakterienprobe noch machen. Eine. Wenn wir denn können. Äh... Ja, perfekt. Eine noch. Sehr gut. Zur Not haben wir, glaube ich, noch was in dem Rover drin. Eine stehenfalls. So, dann ist das, das, das und das. Perfekt. So, machen wir schneller. Dann machen wir nämlich hier noch so einen Seitengenerator. Oder geht das? Geht das hier auch ein bisschen zügiger? Ja. So. Wir könnten hier allerdings noch ein bisschen Lagerfläche erweitern, ne? Ich muss ehrlich sagen, die, das hier, was wir hier gebaut haben, das gefällt mir so viel besser. Ja, als wie in der anderen. Wir haben ein bisschen, gefühlt, viel mehr Platz. Irgendwie viel sortiert, viel geordneter. Keine Ahnung. Trinken. Ist immer noch kein Wasser drin. Ist immer noch oben. Wir gehen mal gucken. Hup, hab's schon wieder voll. Danke. Nehme ich. Haben wir wieder ein paar Algen. Was geht davon? Was ist da los, ey? Irgendwie viel Platz haben wir noch? Zwei. Auch noch zwei? Ja, eins und zwei. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Späterlinge. So, wir könnten nämlich, wenn wir das geschickt anstellen, es funktioniert. Vorausgesetzt es funktioniert. Äh, ne nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben ist wichtig. Ähm, auch die großen Dinger mal machen. Wie heißen sie? Erzextraktoren. Oh, wir haben keine Schwefe mehr. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Äh, wir haben uns mal eben eine Bohne rein. Und dann... Gucken wir mal ganz kurz im Auto, was da so drin ist. Hallo? Ja, was mir steht, ist gut, braucht man nämlich Schwefegebiet, da war die Abkürzung, glaube ich. Gehen wir mal eben ein bisschen Schwefe. Und vielleicht entdecken wir doch schon ein oder andere Neue. Ist ja ein bisschen was dazu gekommen. Ich weiß immer noch nicht, jetzt in dem neuen Update, wo die Gifthöhle ist. Also diese Poisonous Cave, oder wie sich das Ding schimpft. Das habe ich noch nicht rausgefunden. So, haben wir hier noch ein bisschen Schwefel. Wow. War hier nicht auch eine Schwefelhöhle? War hier nicht hier? Hallo? Hier. Ja, hier ist Osmium oder sowas, ne? Gewesen. Ja, gewesen. Well. Das lässt mich hier raus. So, danke schön. Komm, hat hier schon wieder fünf Bäume gewachsen, ey. Cool. Ja, so komisch. Hätte ich jetzt gesagt. Stechbalmen. Haben wir hier auch schon. Das wäre natürlich mega cool, wenn wir hier auch so ein Ding hätten. Aber hier nicht Schwefel. Danke. Händ das bitte komplett. Da nicht noch was Schwefel. Ich glaube, das müssten wir echt mal machen. Wo geht's hier hin? So, okay. Da ging's ja. Da nicht noch Schwefel. Oder? Ey, krass. Was kannst du nicht schnippt so doof? Ich, ich, ich. Hier ging's, genau. Hier ging's in die Osmiumhöhle und alles, ne? Äh, Eisen. Ne, Eisenbeust. Wieso liegt denn da so Eisen rum? Was bist du? Rote Gemeinde Larve. Hilfe. Oh Gott. Junge, er schreckt mich nicht so. Hier ist die Zeolit-Höhle, ne? Das hab ich ja ganz vergessen. Oh, das sieht alles so stark aus. Wir wollten Schwefel holen. Hier liegt noch Eis. Das hab ich ja alles total vergessen hier, ey. Alter, Alter, Alter. Das hab ich ja total vergessen. Ei, 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 ei. Sind wir denn hier? Sieht leergelootet aus. Wollen wir schon mal hier? Sieht zumindest dann noch aus. Ist so leer. Geht's ja nochmal hier lang? Ich hör was auf der rechten Seite. Ich muss mal aufhören, so zu... Wo bin ich hier? In einer Sackgasse, würde ich sagen. Ich dachte, hier waren wir schon mal. Hier ist die Sackgasse wieder, ne? Genau. Nicht... Äh? Moment, da liegt die Stauwarte. Gib mir. Pulser... War das denn? Pulser-Quarz-Höhle? Nepp. Was ist das denn? Sieht doch komisch aus. Sieht das so aus, wenn man in einer Höhle ist? Interessant. Also, wenn das hier Pulser-Quarz ist, kann man hier Pulser-Quarz abbauen? Ich frage... Oh, habe ich hier durch die Kiste? Wir waren hier definitiv schon mal. Von dem ich gerade gekommen, ne? Nehme ich nicht, aber egal. Da waren wir ja schon. Hallo? Lass mich durch. Wir sind von hier gekommen. Da... Genau, hier ist die Kiste. Junge, Junge, Junge. Man entdeckt die Map wieder neu. Ich wollte Schwefel holen, ne? Eigentlich wollte ich ja Schwefel holen. So, irgendwas? Wer weiß. Ich will erst mal wieder nach Hause. Mal gucken, was die anderen Materialien sagen. Und dann können wir da hinten vielleicht durch nochmal gucken. Und... Ja. Mal schauen, was noch so geht. So, da leh. Gott, ich habe heute wieder viel geschafft hier. Yay. Ne, kein Kolumpen. Ich dachte, das wäre ein Klumpen. Okay, nach dem Update. Dieser Riss ist aber immer noch hier. Dieser Chunk. Komische Chunk. Äh, Glitch-Grenze. Ei, ei, ei. Hm, hm. Miau. Miau. Dödele. Das schimmert da erstmal wieder daheim. Und da... Da sind die Kürbisse ausgewachsen. Ja. Zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. Kannst du behalten. So, Schaveffel erstmal wieder da hinten rein. So, können wir nicht wegpacken. Zack. Kürbis. Wir haben keine Kürbiskiste. Haben wir aber gleich. Äh, Dünger, die... Blablub, Pulsarquats ist gut. Blablub. Was war das jetzt nochmal? Gemeine. Ne, ungewöhnliche haben wir gekriegt, ne. Die brauche ich aber gleich noch eine. Ne, ich brauche die sogar selber komplett. Tja, ja. Wir machen eben noch ein Schränkchen da oben rein. Ja, eins, zwei, drei. Für den Kürbisch. Für den Kürbisch. Kürbisch, 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 Kürbisch. Hier. Lacht sich gut aus. Sieht perfekt. Manchmal ist das Mausrad ein bisschen, äh, schwierig. Sieht perfekt für eine Kürbisstation hier aus. Äh... Geh, Kürbisch. 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 Und rein damit. Perfekt. So. Dann würde ich sagen, was das erstmal wieder für heute. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Wird mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Äh, Tipps und Tipps, Tipps und Tricks und so weiter immer wieder gern. Wie gesagt, ich, ist so ein bisschen her, dass wir das gespielt haben. Und der andere Spielstand ist wesentlich weiter. Nur, ich bin manchmal ein wenig vergesslich. Ja, ansonsten sehen wir uns halt morgen Abend wieder. Und bis dahin. Haut rein. Ciao.